Und nächste Woche in Bürgeranwalt. Bürger auf den Barrikaden, weil die Behörde einen Sakralbau für Buddhisten genehmigt hat. Da hat man still und heimlich das Ganze durchgezogen. Das ist eine Schweinerei, das Ganze. Doch nicht alle im Ort sind dagegen. Das ist wieder ein Meditationsraum, der eigentlich allen offen steht, die ihn benutzen wollen.